Eine packende Story, atemberaubendes Gameplay und eine wundervolle Grafik unter Metall allerseits und willkommen zurück bei NETALK! Achso, ich bin jetzt Orange? Scheiße! Ah, ne! Oh ne, ist ja kacke, ihr könnt das nicht. Ich muss anderer Seite spielen. Ich bin Orange, du bist Gelb. Yeah! Vielleicht kann ich jetzt besser springen als du. Was hier? Du bist doch nicht mehr dran gewesen. Doch, hab das Schwert weggehauen, so... Flup! Ne, so nicht. Ja, aber du warst ja... Was? Wie? Hallo? Aufhören! Frech! Hm. Hm. So, ähm, hä? Wieso, so früh wieder gespawnt? Ach, ne. Wir waren noch nicht mal tot. Wir waren noch nicht mal tot. Ja, okay. Ähm, hab ich verguckt. Ah, fies, Mann. Ich warte doch. Was? Boah, in der... in dem Block da geschmiert. Nimm dein Schwert wieder mit. Ja, mach ich. Genau. Nimm es wieder mit. Ach. Vergiss dein Schwert nicht. Aua! Okay. Fall ins Loch. Ach, toll. Hm. Scheiße. Ne, komm. Das mit dem... mit dem Hauen, das klappt bei mir nicht, weil ich's... nicht machen. Ja, da brauchst du... wenn du das Schwert nicht in der Hand hast. F-Hauen. Ja. Ach, leg mich. Ah, ich kenn eh weiter. Falsche Richtung. Ah, was? Ich bin noch bei dir gewesen. Tschüss. Arr, arrr. Au. Voll fies. Au. Oh, hast dich vielleicht auch noch mitgenommen. Mist. Hast du gesehen, ne? Ne. Puh. Das war eng. Aber ich bin an dir vorbeigekommen. Ne. Entwaffnet und dann weg. Nein. Jawoll. Mist. Mist. Aha. Keinen Meter vorangekommen. Yeah, Tür. Nein, ich. Ja, du. Ach, Scheiße. Ich hab nix mehr bloß gestanden. Du hättest laufen müssen, ja? Ja, aber ich kann das nicht. Ich bin jetzt den Kerwaffen. Halt nicht. Ja, ja. Oh. Puh. Was? Hm. Ach, geht doch. Mann. Ja, genau. Renn. Hier. Nein, 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 nein. Ah. Ich wollte doch vorwärts. Au. Au. Ne. Boah. Hey. Was? Hä? Da war ein Schmerzgeräusch zu hören. Oh, ne. War ja schon vorbei. Warte nix. Ne, na. Ah. Du kannst doch nirgendwo weiter herkommen. Oh. Komm doch runter da. Das ist schon wieder ne Soße hier. Mach die mal weg. Indem ich weiterkomme. Ohohoho. Ne. Ich mach's jetzt weg. Ich schmiere's weg. Okay, dann kommst du halt mit. Alter. Alter. Was? Tschüss. Na. Achtung. Picks. Okay. Du hast doch zuerst geschrien. Es tat ja mehr weh am Anfang. Boah. Mich wegschmeißen. Alter. Immerhin kann sie ja nicht sprengen. Hm. Hm. Da liegt ein Schwert fast im Abgrund. Mhm. Ich muss aber nicht drauf treten. Mhm. Unter da. Ich bin auch runtergekommen. Tja. Mein Knie zuckt aber. Siehst du das nicht? Mann. Was? Tee. Täubchen hab. Oder Fledermaus oder was auch immer. So wie vorhin, oder? Ja. Tee. Ah. Okay, so geht's auch. Ach, komm. Ah. Ah. Lass dich mal zusammen. Nein. Ach so. Toll. Die muss aber hin, ey. Was? Yeah. Die Fans jubeln und der Wurm kommt. Okay. Muss ich hier mal. Was? Ich muss immer. Zweimal drücken. Zum. Aufnehmen. Schon wieder die gleiche Karte? Ja, ich hab's nicht gesehen. Nee. Äh. Äh. Weil du zweimal gedrückt hast, du halt ein Lump. Oh. Oh. Was? 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 Ich kenn das auch mal. Ja. Verdeugt. Ich hab vielleicht die erste gedrückt gemisst. Ja, ja, ja. Ja. Aha. Jetzt mach ich meinen Lauf durch. Pass auf, immer im Rollen. Nee, nee. Okay. Hab nicht geholt. Ach, scheiße. Was? Ich kenn mal, wie du da rein reinst. Ja, ey. Ewigkeiten unterwegs. Mit Schwert geht's aber auch nicht. Oh. Das geht doch. Was? Ausnahmsweise immer, das mach ich so selten. Ja, das machst du irgendwie selten, wenn ich schmeißen. Mit Treffen. Dafür mach ich das eher, aber auch nicht so oft. Aber hopp. Ah, was? Ja. Ja. Das hast du auch nie weg. Meinen Sie mehr. Ah. Oh. 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 Da ist das. Wieso löst du auch weg? Ja, er wollte nen Trick machen. Oh. Ganz tollen. Mhm. Hast du gesehen, ne? Nee. Ja, und nochmal. Auf, hörn. Nee. Hey. Hey. Ich dachte man, ist cool. Yeah, und das ist auch cool. Hey. Ach komm man, das ist n... Hey. Ja. Lass immer mal durch. Ach komm ich krieg nicht... Das untenrum, das klappt immer so gut. Also bei mir zumindest. Und bei dir halt das Sprengen. Ready. Boah, andere Karte. Oh was? Dann mach ich Hohanlauf und dann mach ich das nicht. Mist. Ich sterbe. Wenn ich da kommen, dann brauchen wir orangene Läufe, wenn ich da mal nichts drücke. Also danach bin ich schon mal alle gewöhnt an die andere Farbe. Mist. Ja, ohne Waffe ist doof. Wo sind ihr? Was? Mist Green. Ja, lauf weg. Nee. Nein. Mist. Mach. Ach, geht doch. Tschüss. Oh, jetzt hat er mich nicht gekriegt, jetzt hängig. Kommt bestimmt gleich noch, geht gleich weiter, pass auf. Mir hat es nämlich, hat er geschrien. Ja. Was? Oh ja, war schon vorbei. Was? Hm. Was? Wollt mich seh das immer nicht, ey. Ich hole den Mann auf. Alter. Hm. Oh. Oh. Oh nein. Ich geh weiter. Ich kann das auch ohne herfen, pass auf. Wenn ich's... Totgestellt. Nein. Das gibt's nicht, ey. Und das auch untergefallen. Ups. Leck. Leck. Nee. Wo ist es hin? Es ist weit weg. Ach, scheiße. Ich schmeiß einfach sein Schwerd weg, ey. Guck mal, ey. Wie geht denn alles? Was? So nicht mehr. Hä? Ja, was? Blöde Ecke. Was? Ah. Ja, hast du. Ey. Ach, komm mal hin. Ey. Was ist denn das? Ey, was? Oh. Bin gestolpert. Nee. Ah. Was? Nee. Ah, nee. Hm. Boah. Ah, ist spät. Oh, fast in die Lücke geschwungen. Das wär's. Was? Na, halt nicht. Ohne Schwert, von mir aus. Verletzte Screen. Nicht. Mein Schwert. Gib hier. Hä? So, komm, mach doch. Geh doch. Ich dachte, Alter. Mist. Geh doch. Schnelle rüber. Ich glaube, die Kante... Na. Was? Kante... Tee. Alter. Hm. Ja, jetzt geht's los. Tschüss. Jetzt geht's nicht gauern. Das kann nicht sein. Ey. Ja, es geht los. Was machst du da in den Wolken? Alter. Tschüss. Letztes Mal. Yeah. Deutschland. Das war irgendwie ein Lauf, der halt zufällig kam. Also bin ich mehr ready. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, hat zu lange und liegen geblieben. Ah, Kopfhängerhund. Ah, Kopfhängerhund. Ah! 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 Ich wills hier vorbei. Ja! Geht doch. Ah, jetzt geht das wieder los, wenn ich dich nicht sehe, dann... Yeah! Was ist denn das immer? Nein! Hallo? Was? Ja, ja. Blümchen am Baum. Ach! Da war er doch schon. Was? Achso. Was ist denn? Was? Achso. Mist. Wer jetzt auch noch schmeißen kann. Nee, macht man nicht. Was ist denn das? Oh! 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 Das liegt da noch raus. Ah! Mist. Ah! 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 Ich geh oben lang, um jetzt wieder unten lang zu gehen und wieder oben lang zu gehen. Kopf einhauen und oben... Aua! Komm nicht raus. Tschüss. Nein! Nein! Was? Ich mach das so selten. Es klappt dann halt. Wenn es mal klappt, dann ist es schön! Nein! Was? Wieso? Das klappt auch mal! Geil! Was denn? Was denn? So denn? Ha! Scheiße! Nein! Oh! Hm. Ah! Ein Mann aufspawn! Nein! Gerattet! Komm her! Ey! Was tun? Ach komm, leck mich! Oh! Er ist offen! Jawoll! Jawoll! Hm! Jawoll! Nee! Doch! Ja doch! So, als nächster kommt der böse Wurm! Na hach! So, jetzt aber... Wieso, gleich wieder gespawnt? Nee, ich war noch eigentlich tot! Bei mir schon! Bei mir schon! Das hatte ich schon mal! Also, das war jetzt eindeutig für mich! Also, das habe ich richtig gesehen! Ah, halt hier! Ja, das hatte ich vorhin auch! Ab und zu! Das... Aua! Achso! Okay! Fix! Wie geht es uns montieren? Na! Tuck, schau! Nein! Na! Ah! Mäh! Voll reingerannt! Ah, jetzt bin ich über die Kante gehopft! Ganz komisch! Ach komm! Jetzt geht das wieder nur so! Hä? Einer hat geschrien! Halt! Ja! Gibt's doch nicht! Ach komm, ey! Wie machst du denn das, bitte? Ich... Ich versuch's aber... Es klappt halt nicht immer! Hä? Bei mir hast du jetzt schon... Hä? Das sah halt hier so komisch aus! Ich hätte weiterhin offen sein! Ne! Lauf mal! Mist! Wo das Schwert hingeflogen ist! Wieso bist du jetzt so schnell gespawnt? Weil ich's kann! Ah, Mann! Haaa! Hat er kurz gestalt! Ne, eh, 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 eh! Ach komm! Voll runter, komm! Blöd! Oh, Carter! Nein, nein! Jawoll! Ja, komm! Das jetzt lühe ist wieder so... Hoi! Wo ist denn das hin jetzt? Jawoll, ist nicht da. Oh Mann, ey. Hier, hier. Ey, das ist echt nicht mal normal. Ey, Vöglein, hopp! Oh. Nein, das ist ja normal. Was? Ach komm. So. Was ist denn das hier? Hä? Ich hab dich eigentlich grad gepikst, meine ich. Hä? Das sieht schon wieder so komisch aus. Ah. Ich spring doch mal vorne hin. Wie machst du das? Parat mit deinem Sprungdreck, wie der bei mir immer funktioniert. Ach. Na, komm, voran. Ach, scheiße. Geht doch. Nein! Warte. Guck, guck. Hier für dich. Oh ja. Was? Ich hätte noch warten können. Das war ein schöner Schrei. Hast du noch gehört? Nee. Mist. Ach. Mist. Schwert zu weit oben gehabt. Mann. So, weg. Schnetzeln hier, weg da. Ich muss durch. Ich hab's eilig. Ich muss Regenwürmer angucken. Sorry. Was ist denn das jetzt da? Durchgerannt. Nee. Wie denn? Weiß ich nicht. Würde ich gern wissen. Au. Innenrücken, echt fies. Was? Wie das jetzt? Ey, wieso darf ich lenken spawnen? Das ist ja kacke. Ach. Jetzt wird das Schwert zum Werfen nicht hochbekommen. Ja. Was? Ja, sein Schwert kommt an, Alter. Ich darf zacken. Ey, lass das. Schade, dass du da nicht im Spawn warst. Wenn ich auf den Boden trete. Nicht immer zurücklaufen. Na. Lass mich doch einfach drüber spüren. Weißt du? Nein. Ich hab jetzt gar nichts gedrückt. Ha. Das muss ich endlich mal besser hinbekommen mit diesem Zurück-Rennen. Nein. Und ich bin schon wieder gespawnt gewesen. Juhu. Juhu. Nein, ich bin zu spät gesprungen. Yeah. Aber leg mich. Mach ich ohne. Okay. Ach, scheiß. Was? Mach's weg. Tschüss. Hab's eilig. Die Uhr rennt. Und ich auch. Nochmal zurück. An aufholen. Und weg. Mist. Und das war der noch von mir. Mhm. Ach komm ey. Ich kapier das nicht. Oh, er hat ins Schwert gesprungen. Ins fliegende. Nein. Nein. Gib mir mein Schwert wieder. Was ist das? Ja. Ich hab zu früh losgelassen. Mist. Ach. Was? War ja nicht eins? Da ist eins. Nein. Habe ich's? Gibt's doch, ja? Nein. Gib mir das. Was? Was seid ihr? Ja. Scheiße. Hihi. Ach komm. Was? Nein. Wieso? Na komm. Scheiß. Final Screen. Glaubst du nicht. Nein. Geht aber auch. Nochmal. Ah. Okay nicht. Okay nicht. Nein. Go go. Oh nein. Nein. Fall nicht. Guck mal Wolke. Was? Oh Loch. Oh. Loch. Nein. 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 Ah. Ah. Ne. Was? Ah. Nett da. Was? Ah. Was? Ah. Oh. 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 Was? Nein. Nein. Oh nein. Nein. Oh. 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 Ich habe keine Ahnung, was dieser Wurm am Ende sagen soll. Warum frisst er ein? Ich kann mir... Nein, ich kann mir nichts dazu denken. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschau, tschüss.